Alle Spiele der BKBWL. Live und on demand. Und Highlights for free. Nur hier. Telekom Basketball. Das Highlight der ersten Halbzeit besetzte aber dann ein anderer. Das war Darius Miller. Fehlwurf zieht es und dann hebt er ab. Bumm. Ganz, ganz starker Dunking vom US-Amerikaner, der nicht nur offensiv, sondern auch defensiv seine Athletik immer wieder entscheidend ins Spiel brachte. Noch einmal zum Genießen.